Guten Morgen miteinander. Heute öffnen wir Türchen 5. Das Türchen hat einen Wert von 70 Euro und wird gesponsert von der Firma Technik Vibre. Jetzt schauen wir doch einfach mal rein. Heute haben wir mehrere Sachen, unter anderem eine Jogginghose, Tennisgriffbänder und einen Sportbeutel. Der glückliche Gewinner von Türchen Nummer 5 ist der Nico Schad. Genau, herzlichen Glückwunsch Nico, kannst vorbeikommen und uns abholen und wir sehen uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal.